Loll, wieso warst du nur so schnell, Alter? Bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben, bitte nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Ich bin... Aaaaaah! Eww! Eww! Jetzt passt auch sein Buchtrolle. Loll nochmal! Was? All dead for just one level? Könnt ihr mal auch hinschreiben? All dead for just one... Wahrscheinlich sind wir direkt wieder am Start, oder? Wahrscheinlich, oder? Also, willkommen zu Folge 1. Wir spielen heute Catch Mr. Troll. Aus der 2 da oben machen wir einfach eine 3. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zurück zu Catch Mr. Troll mit dem Concrafter, der noch da unten gerade abstehen ist. Achso, da. Oh, du siehst aber schön aus. Wisst ihr, wir haben schon gerade so eine kleine Aufnahmepause gemacht, über ein paar Tage. Wir hatten die anderen Folgen alle voraus aufgelobert. Und jetzt, wenn man ihn so wieder sieht, oah, herrlich, wunderschön, mit deinem Nokia-Handy. Oh, ich weiß nicht erst mal, wenn du mich siehst, ne? Oh. Wir sind irgendwie Zwillinge, ne? Habe ich gehört. Mit dem Nokia, die machen wir... Blocken wir mit dem Nokia. Guten Tag. Oh nee, naja, YOLO. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Für den Track sind in vollem Gange. Genau. Denn ihr habt ja, habe ich ja schon mal in irgendeinem Video, glaube ich, erwähnt, wirklich zahlreich dafür gestimmt, unter unseren beiden Videos, ähm, ja, ihr wollt diesen Dis-Track, oder Dis-Track, warum sage ich Dis-Track? Ihr wollt diesen Rap-Track, ähm, von uns beiden, wo wir halt so ein wenig, ja, am Rappen sind, nicht unbedingt mit den besten Lines oder so, weil wir die auch gar nicht hinbekommen, irgendwie, aber... Ja, wir sind ja keine Rapper, wir sind ja, ähm... Spastis, nein, Spastis. Genau! Zwei Spastis, ne, mein Gott. Piss, sondern, wenn wir das Teil online stellen, dann sind wir offiziell welche. Ich fand das auch so witzig, in dieser einen Folge nochmal. Ey, aber mal ganz kurz, wo geht's jetzt hier weiter? Da, hier ist ne Leiter. Ja, aber da kommt man nicht dran. Natürlich, irgendwie kommt man da ran. Versuch's doch mal, das geht nicht. Weil ja diese Half-Blocks sind. Hier könnte man auch hin, aber nee, da geht's nicht weiter. Guck mal, da vorne ist ne Truhe, komm ich da... Warum komm ich da nicht ran? Boah, du gemeine Truhe, aber ich glaub, da war ich auch schon mal dran. Ja, da waren wir schon mal dran, da ist noch nichts mehr drin. Ähm, wir haben aber auf jeden Fall schon richtig gute Ideen für den Rap-Track. Da wird etwas besorgen. Jetzt push ihn mal, bitte nicht zu stark, Conny. Jetzt wird das hier, dann denk ich, wow, der wird voll gut, Mann. Und dann kommt da raus, alle sagen nur, ja, Alter, es ist für die Toilette, Alter. Da kann man noch nicht mal, da kann man nicht mal die Toilette spüren. Oh Mann. Conny, soll ich nicht sagen, was ich mich grad frage? Was denn? Ähm, hier hab ich irgendwie so ein Wasserbecken draußen entdeckt. Kommen wir von hier oder was ist das? Komm mal am besten... Warte mal, wo bist du denn gerade? Genau, jetzt rechts, nein, stopp. Geh da mal über diese Sprünge, die an der Seite rausfinden. Genau, und dann komm mal hier hin. Und wehe, du fällst jetzt runter. Wir hätten da sind wieder Creeper oder so von hier. Guck mal, guck mal, da vorne. Hier links, das Wasserbecken. Müssen wir hier eventuell hin, weil, guck mal, wenn du auf das Hausdach nach oben schaust. Hier auf dem Hausdach, da kommt doch gar nichts. Hier war ich schon, ja, und dann kann man da nach oben reinspringen. Oh, verdammte Scheiße. Versuch's mal nochmal. Ich geh mal ins Wasserbecken, vielleicht find ich ja hier was Besonderes. Ja, okay, geh du ins Wasserbecken. Ich versuch nochmal diesen einen Sprung da hinten zu machen. Also wir haben uns schon Gedanken gemacht. Also genau, das trifft's ganz gut, aber... Gedanken gemacht, stimmt wirklich, das ist ja nicht so mit positiver Ausrichtung. Aber wie das denn im Endeffekt alles wird? Ja, mal schauen, mal schauen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin, ja, gespannt. Das ist, glaub ich, echt richtig. Ey, hast du die Kiste da unten schon geholt? Welche? Die an der Ecke da, ja, die hab ich geholt schon mal. Ja, ich glaub, hatt ich auch. So, du bist jetzt da unten. Ich versuch da mal hier eben weiterzulaufen. So, wo muss ich denn hier lang? Das ist aber echt verwirrend. Waren wir da unten schon? Weil da unten könnte ich theoretisch in so ein Wasserbecken reinspringen. Aber da waren wir, glaub ich, schon mal, oder nicht? Ach lol, jetzt sind wir ja genau hier wieder. Doch, stimmt, da unten da waren wir. Dann sind wir hier hochgesprungen. Dann waren wir hier und jetzt müssen wir natürlich hier in das Wasserbecken. Das Logo. Wahrscheinlich ist da oben noch irgendwie eine Truhe, wo man hin kann, keine Ahnung, aber... Nur was ich halt nicht verstehe... Wie soll ich diesen Sprung schaffen? Ich verstehe es. Ja? I understand. Oh, ich find's immer so wunderbar, wenn ich hier mit Konjunikate spiele... Wir mussten hier auf dieses Dach, wirst du mich? Ja? Guck, wir mussten von da oben, spring mal über diese Blätter da drüber, mach das mal. Achso, du bist da gar nicht, guck. Aber ich bin auf jeden Fall gerade über diese Blätter hier drüber, dann siehst du ja. Dann über diese blaue Wolle, auf dieses Dach da. Dann bin ich hier rüber gesprungen und jetzt kann ich hier auf den Glowstone... Ja, und dann? Warte, das zeig ich dir jetzt, wenn ich nicht runterfalle. Was bei mir halt sehr auf der Falle. Ach, und dann kann man da oben rauf, ne? Mhm, und dann, also ich würd sagen, du bleibst... Okay. Ich komm jetzt schon. Gut, ich bin hier runtergefahren. Ich find's immer so wunderbar, wenn man mit Konjunikate spielt und man kommt irgendwie nicht weiter, dann holt er immer diesen Antrieb, woher auch immer er ihn hat, raus. Dann kommst du einfach und sagst, Gomme, so und so geht's. Als ob du so ein Map-Ansteller von der Karte wärst und einfach den Weg kennst. Ohne Witz, ich bin schon völlig innerlich am verzweifeln, wie machen wir jetzt hier weiter, dann, wie geht's denn jetzt hier voran? Und dann kommst du, Gomme, guck mal, hier, so und so geht das. Ist echt so. Als ob... Ihr müsst euch mal die ganzen Karten... Also immer, wenn wir eine Karte zusammenspielen, oft kommen diese Phasen, wo man nicht weiterkommt. Na, komm, Kondi. Ja, komm, hier, schau mal, hier und da und muss man langen, als ob er es selbstverständlich wäre und ja. Aber mir fällt grad auf, man kann auch einfach hier lang gehen. Oh, ich dachte schon, du wärst runtergefallen. So, ich lotse jetzt. Dieser Sprung ist etwas schwierig. Du musst mich hier so ein bisschen über die Kante... Okay, ach so. Wie ist das? So klappt das nämlich. So, Moment, hast du es geschafft? Ja, bin ich. Hab ich. Ja, bin ich. Da ist Kondi und jetzt ist er da unten. Ja, gut. Da bin ich. Ja, gut. Trolololololololololos Vor allem wenn man sich im Flug teleportiert Oh, nein! Junge, was will ich mir jetzt mal so wild gesprungen hebt Beim will ich hier hoch teleportieren … ach, kommt Ohh, Hm So Neeeein Ooooo WA ama so Speedrun mäßig hier Kommn, wir schaff… Wir schaffen das jetzt noch mal da hoch Da aber dann auch, Komm Dann machen wir es so, einer macht einen Sprung, dann ist der andere dran mit dem Sprung und der andere mussten wir hier rumwarten. Ja, so wie wir das letztens irgendwie, wo hatten wir das gemacht? Bei diesem Hühner. Äh, ja genau. Wo wir halt verzweifelt. Also gefühlt waren wir bei diesem Hühnerschnell, da zwei Folgen. Mit Clotus Power hat's geschafft. Hat's geklappt mit Clotus Power. Ja, ja, ist echt so. Aber, wir überlegen uns für den Track noch was cooles, auch einen coolen Namen. Und wir haben da echt alle... Also, ja, da kann man schon sagen, haben wir schon... Wir haben jetzt uns Gedanken gemacht, ohne jetzt viel Hoffnung. Du bist halt die ganze Zeit wieder am Furzen, höre ich da so. Ja. Du bist ja wieder Creeper des Todes. Oh, da komme ich sogar nicht rüber. Okay, pass auf, ich springe sonst erstmal, oder möchtest du... Okay, springe du, ich warte hier. Okay. Du wirst mich eh jetzt... Du schlägst mich nicht? Hast du... Bist du erkältet? Ach ja, das bist du ja! Oh. Oh, oh. Nein. Oh lol, jetzt schafft er es einfach. Ich fühlte mich wie so ein gejagter Hase irgendwie. Da läuft er ganz schnell voran. Aber warte noch kurz. Ich bin oben. Ich bin oben. Oh, da ist eine Truhe und einen Schalter. Einen Troll-Level. Oh, den brauche ich natürlich. Oh, ich bin bei dir. Guck, war gut, dass ich dich wieder rausgefunden habe. Guck mal, hier sind Bücher drin. Ein Troller-Loll-Buch. Alter, weißt du, was ich gefunden habe? Guck mal hinter diese Leitern. Ja, da kommt wieder so ein nöser Stand. Komm mal hier hin. Da waren einfach 16 Gold-Nuggets drin dahinter. Ja, gut. Habe ich gesagt, das war jetzt hier die einzige Truhe im Raum. Ja, gut, das habe ich. Warte mal, aber ich habe ja ein Buch gefunden mit Troller-Loll. Das Buch muss ich einfach vorlesen. Hat auch nur eine Seite. Okay, er fragt. All that for just one lever? Anyway, go ahead and place the lever on Goldblock to reveal the way. Okay, wir müssen also auf enger den Goldblock diesen Schalter pushen. Okay, und jetzt laufen wir erstmal hier rüber. Und jetzt muss man nämlich ins Wasserbecken. So, jetzt hat das nämlich alles auch den Sinn. Jetzt haben wir das Ganze verstanden. Da ist der Goldblock. Wo ist der Goldblock? Da, ja, genau. Stimmt. Oh, ich habe den Schalter oben gelassen. Nein! Du hattest ihn gerade in der Hand. Verdammt. Nein, da war ich... Du kannst nicht mehr trollen, Gomme. Doch! Ich habe nur nicht bedacht, dass das... Oh, da habe ich eine tolle neue Line. Lol! Wieso war es nur so schnell, Alter? Bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben! Bitte nicht! Wir haben ein Problem. Ich bin... Ah! Eww! Jetzt passt auch sein Buch, Troller-Loll noch mal! Was? All dead for just one level. Könnte man auch hinschreiben. All dead for just one. Wahrscheinlich sind wir direkt wieder am Start, oder? Wahrscheinlich, oder? Also, willkommen zu Folge 1. Wir spielen heute Catch Mr. Troll. Aus der 2 da oben machen wir einfach eine 3. Wir sterben einfach beide. Ja, jetzt ist mir das auch YOLO hier. Komm da. Oh Mann! Jetzt ist mir das auch YOLO hier. Ey, warum haben wir nicht den anderen Checkpoint da hinten noch irgendwie? Junge, das Teil, das Schwert, nimm das mal, block mal, block bitte mal mit diesem Schwert. Wie lustig sieht das aus, ey. Wir beide... Ich hab das Schwert doch gar nicht mehr. Oh! Hab ich das? Ach nee, hast du verloren, ne? Ja. Ey Mann, komm mal, wie machen wir das jetzt? Ja gut, ich würde mal meine mit einem kleinen Cut hier und da. Kurzen Cut, das kann ja nicht sein. Und sind dann gleich wieder da. Vielleicht kann man Slashback machen. Nee. Nee. Okay, bis gleich. Shit. Bis gleich. Jo Leute, und da sind wir auch schon wieder. Für euch war es nur ein kleiner Moment. Doch für uns war es mehr als nur ein Moment. Es war praktisch nochmal die ganze Karte überflogen. Oh, oh Gott. Es hat lange gedauert. Jetzt sind wir bei mir hier. Du warte erst mal kurz. Ich mach das hier eben. Ich bin schon... Die ist sehr echt. Die ist sehr stark. Ich bin... Ich bin... Oh, oh, ich bin auch beinahe gerade runtergefallen, ey. Was? Du bist runtergefallen? Nein, nur beinahe, aber... Alter, okay. Das war schon gerade sehr krass. Das war echt knapp. Was übrigens teilweise in den Kommentaren kritisiert wurde, war sowas wie, dass der Mappersteller relativ wenig Checkpointe, äh, Points eingebaut hat und sehr wenig Nahrung auch mit sich irgendwie gegeben hat. Das wurde schon kritisiert. Also das kann man mal im Hinterkopf behalten für das Urteil später, dass das selbst von der Community schon kam. Also ja, der Nahrung ist echt krass. So, you don't know. You know don't. Achso. You don't know. You know, don't you? Also das ist ein Checkpoint. Ja, ja. So, get a boat. Ja, ein Boot. Nehmen wir wieder drei Stück oder so. Oh ja, die Stelle hier, die kenne ich praktisch schon. Try this in F5-Mode. Los geht's. Tschüss. Ich warte lieber mal hier oben. Tschüss. Du wartest, bis ich tot bin, ne? Ja. Ich warte hier jetzt auf dich. Okay, jetzt komme ich. Auf geht's, auf geht's, schadlalalala. Ja, ich schaff's nicht. Du musst die ganze Zeit gerade ausdrücken. Ich knall voll auf den Boden. Nein, sag aber nicht, du bist gestorben. Tot. Jürgen, wenn ich das jetzt nicht schaffe, weiß, was da los ist. Ich bin wieder am Start. Ich hab's geschafft. Oh, geschafft. Yeah. Ich bin ganz unten. Oh, nee, mein Boot schwimmt weg. Mein Boot schwimmt weg. Warte. Ich bin sofort da, guck. Irgendein Tool hast du das gemacht. Tool, also was macht man jetzt hier? Einfach durchlaufen, aber nee. Ich kann mein Boot nicht setzen. Oh, das ist ja assi. Ich kann mein Boot nicht setzen. Ich wette, da steigst du. Guck, hallo. Oh, ist kaputt gegangen. Oh man. Alter. Hey, da unten ist doch, ist hier wohl wieder eine Kiste? Nee. Ja. Nein, ich bin fast durch. Boah. Was machst du denn da? Ja, hier durchkommen. Oh, lol. Ja, haha. Mir war schon klar, dass du da nicht durchkommst jetzt. Höh. Auf, zu. Ich bin durch. Nee. Dass du durch bist, ist klar. Ja. Oh, nee. Aber das geht aber. Oh, nee. So, okay. Wohin jetzt? Achso, das ist nicht. Jetzt hier irgendwie durch. Boah. Ich meine, es gibt hier auch Wege, ne? Aber ich lauf einfach durch. Ich lauf hier gerade so durch. Durch das Labyrinth. Und du machst einfach einen auf Yolo. Nein. Ich glaube. Oh, verdammt. Hallo. Hallo, hallo. Oh. Du machst das wundervoll, Gomme. Ich war schon voll weit gerade. Boah. Hallo. Easy. Nein. Oh, Mann. Was hast du für Probleme damit? Ich hasse diese Sprünge. Ja, was hast du denn für Probleme damit? Äh, locker. Ey, was ist denn das? Das sind schon wieder so unsichtbare Blöcke. Hast du die gesehen? Nee. Hä? Das ging doch sonst immer. Boah. Ich war schon mal auf dem dritten drauf. Auf diesem dritten Zaun. Aber, boah. Doch, guck. Hier sind unsichtbare Blöcke. Siehst du die? Nee. Guck mal, komm ich her. Ach da, ja stimmt. Ja. Oh ja, nicht hier. Das war crazy. Boah. So, ich geh jetzt eben auf den dritten. So. Das kann man nicht schaffen. Das sind unsichtbare Blöcke. Als ob. Du musst nach rechts springen. Guck. Guck mal da oben. Oder nee, auf die linke Seite. Dahin. Auf diese beiden Blöcke musst du springen. Sonst sind doch unsichtbare Blöcke. Voll doof. Ja gut, hab ich geschafft oder? Nee, komm her. Komm, da schaffst du auch. Ich hab's auch wohl nicht geschafft, aber ich bin dann einfach voll gegen. Ach, hier sind Blöcke im Weg. Ach, nee, doch nicht. Jetzt häng ich im Spinnenweb. Ja, du bist witzig. Oh ja. Vor allem, man kann einfach nahezu gar nicht mehr sterben, wegen dieser krass Rüstung, die wir anhaben. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Eier. Du bist, du bist Killer. Die Ultra-Eier. Oh, nee. Ach komm, leck mich. Bleib doch in deinen Eiern da sitzen. Oh, hier ist ein Nüchi gespawnt. Echt jetzt? Ich schaff das gerade. Ich schaff das. Guck mal. Jööö. Oh. Pisser. Chill, chill. Chill, chill, chill. Wow. Wie so ein Gejagter. Nein, ich hätt's beinahe geschafft. Hä, und wie geht das jetzt? Wie komm ich jetzt hier zurück? Tanz für mich. Ah, du Pisser. Ja, du kannst gerade noch flüchten. Ja, wie komm ich denn hier raus? Hilfe, Hilfe. Was steht hier auf den Schildern? Just. Kass, was? Nein! Hör auf die Kacke! Ich weiß schon, was du jetzt machst. Ich schreib's in Chat, was du jetzt machst. Ja, ich schreib gerade den Chat. Blöcke erbauen. Guck, was wollen wir denn auch sonst machen? Guck, das ist halt dieses Dove der Karte. Das ist so ein bisschen traurig. Man steht dann hier drin und denkt sich so, hm, was soll ich jetzt machen? Man darf keine Blöcke kaputt machen. Es gibt bestimmt irgendwo so einen unsichtbaren Block, den wir jetzt einfach übersehen haben oder sonst was, wo man einfach nach hinten wiederkönnen kann. Aber egal, wir sind jetzt hier an einer neuen Stelle von der Karte angelangt. Ich würde mal sagen, die sieht irgendwie... Hast du hier auch keine Textur? Ja, das steht noch irgendwie auf dem Schilder. Also ich finde, das sieht sehr interessant aus und wir machen einfach mal in deiner Folge hier weiter. Und ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde mich auf jeden Fall einen Daumen hoch freuen. Nächste Folge kommen wir bei Conqueror After und nun haut da rein und tschöö mit... Bis zum nächsten Mal.